Yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder Fortnite, Duo Arena und Nico ist mit dabei. Yo Leute, was geht? Ja, das wird ein bisschen chaotisch. Wir haben Fortnite sehr lange nicht mehr gespielt. Nico hat gefühlt 20 Jahre nicht mehr gespielt. Ich hab gefühlt 10 Jahre nicht mehr gespielt. Wir spielen Arena und ja, kann lustig werden. Viel Spaß. Wie schlau ich bin. Wie läuft man hier? Ah, mit Wehe, okay. Ja, du läufst mit den Pfeiltasten. Du musst die so drücken und dann... Ey, die gehen halt recht, gell? Hä? Uh, bei mir auch. Ja, ich lande auch irgendwo oben drauf. Ich weiß, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus, ne? Ja, ich geh das recht nicht. Ich hab' einen. Aim absolut wack. Und wo schießt er wer auf mich? Hier unten ist irgendwo einer. Ich muss gleich erstmal meine Maus in sie einstellen. Was bist denn du? Nico, hier kommt gleich einer bei mir. Was ist das hier? Was ist das? Hä? Ich konnte das einsammeln. Nico, komm rein. Ja! Wir sind gut. Esther! Ich hab' ihn. Äh, ich verhör den mal. Dann können wir seinen Maid sehen. Knall den mal ab. Ähm, nee. Nico, kill ihn! Okay. Alles okay. Alles gut. Hä? Wir spielen keine Arena. Ja, lol, what the fuck? Ja, dann lass mal einfach jetzt hier so rumpuschen. Hä? Was ist das? Kosmische Truhe. Lass da mal hin. Keine Ahnung, was das ist. Was macht das jetzt? Jetzt müsst ihr sie nur noch aufmachen. Dann müssen sie aufmachen. Keine Ahnung. Da, du kannst gegenhauen. Ja, lass kaputt. Du musst da hinkommen. Hier sind so Teile. Schlag dagegen. Ja, ja. Jetzt hier. Jalla, gib ihm! Wow, was für Crap. Was für Shit. Ich weiß auch nicht, wo wir hinlaufen, wo jetzt voll viele Gegner sein sollen oder so. Da ist einer. Hab ihn. Jetzt die Frage, wo sein Maid ist. Da ist sein Maid. Nico, komm, 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 komm. Ja. Hab ihn. Hey, hier kommen welche mit dem Auto, oder? Oder was ist das? Ja, das ist mein Auto. Ich glaube auch. Die sind angehalten. Die sind bei dir. Die sind über dir. Ähm. Ja, die sind hier bei mir. Ja, die haben das gebrochen, glaube ich. Ja, damit können die dich sehen. Mach ein. Ich hab irgendwas geschossen, Karl. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich seh' ihn. Nice, 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 nice. Nimm einfach alles mit. Nein, nicht werfen. Damit kannst du Leute aufdecken. Wenn die hier sind, dann siehst du die. In dem Kreis, weißt du, dann werden die die so angemarkert. Da hinten sind welche. Oh mein Gott, ich hab ihn getroffen. Lass da schnell hinfahren. Komm rein, komm rein, komm rein. Digga, ich hab ihn übel weggesniped da hinten. Okay, ich steig aus. Hab ihn. Ja, alles gut. Ist gleich down. Ist down. Digga, was ist das? Ah! Wer bist du? Das fuckt mich grad ab, dass wir kein Arena zocken, Alter. Oh, das Auto ist kaputt. Oh nein. Musst du mir in die Werkstatt bringen? No, nice, small. Komm, renn. Ja, hier hinten. Ja, wir nehmen das hier. Fuck, 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 fuck. So viel das. Und wo? Von wo? Ich bin übel gehittet, ne? Ich hol dich. Junge, von wo? Da hinten. Ja, da ist er noch. Da war einer. Okay. Bestimmt war der das auch, Alter, der uns so abgefuckt hat. Okay. Ja, aber lass mal so in die Richtung. Ab ein. Ist das, was ist das? Da ist ja einer. Ah, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Roboter, Alter. Ich hab... Verpiss dich, Digga. Ey, der ist an meinem Kopf, schieß ihn ab, schieß ihn ab! Er schieß dich ab. Er ist tot. Junge, er hat mich an meinen Kopf dran gesetzt. Ey, hier ist wer, Hilfe. Oh, fuck. Ich hab' einen. Nice. Der andere ist auch U-Low. Nice. U-Low. Aber ich blockier' gerade ganz gut. Ich hab' heute keine Mets mehr. Hey, 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 hey! Nico, 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 kill ihn, kill ihn, der ist U-Low. Komm her, rest me. Oh, mach, hol mich hoch. Egal. Aber ich hab' doch genau aus Versehen. Renn, 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 renn! Ja. renn hier hinter hinter hier hinten jetzt legt mich hin jetzt hol mich hoch einfach sie einfach durch okay egal was sie durch sie einfach durch ja digga gib mir mit hier oben sind dreck welche alles gut ab 1 habe ihn auch kommen wir so etwas weiter hoch ja ich mache mal ein sperrgranate dann sehen wie die jetzt siehst du die habe den 1 20 auf den anderen das war echt gut aber was ist das hier was ich habe der andere ist hier bei mir Ja Das war nice So Leute, das war's mit dem Video Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen Schaut auch gerne bei Nico vorbei Und wir sehen uns im nächsten Video Und ciao Dein Frisse Outro